Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute geht es um die sogenannte Event Driven Architecture. Und die Event Driven Architecture ist eine Architektur, die sozusagen einen Message Broker, nennt man den Kerl auch, in das Zentrum stellt. Der nimmt einfach Nachrichten entgegen von irgendwelchen Apps zum Beispiel, also zum Beispiel von mehreren Clients oder sowas. Und der leitet dann die Nachrichten, sozusagen die Anstöße für die Server, also dass die mal was arbeiten müssen, leitet der Message Broker weiter an Server 1, 2 und 3, je nachdem wer eben gerade was machen möchte. Und die verarbeiten das dann und liefern Ergebnisse zurück an den Message Broker und der wiederum verteilt die Ergebnisse an die Apps zurück. Das heißt Event Driven bedeutet in dem Fall, Apps stoßen irgendwas an und das wiederum stößt beim Message Broker was an und der Message Broker stößt dann eben die Server an. Und das bedeutet ja, man hat sozusagen ein Event, das heißt es soll irgendwas passieren und aufgrund dieses Events wird dann auch wirklich eine Berechnung ausgelöst. Bestes Beispiel dafür finde ich eigentlich ist eine ganz normale grafische Oberfläche. Das heißt, es passiert eigentlich ja nichts. Die Oberfläche wird sozusagen, okay, wenn ich ein Spiel habe, ist es vielleicht anders, aber ein normaler Bildschirm hier, also ich meine jetzt zum Beispiel meine Präsentation hier, die macht rein gar nichts. Die chillt da vor sich hin sozusagen und wartet auf eine Eingabe von mir und so eine Eingabe ist ein Event. Das heißt, wenn ich jetzt meine Pfeiltaste nach links drücke, dann ist es ein Event und dieser Event stößt irgendwas an, dass ich eben zurückgehe, eine Folie oder eine Folie vorgehe. Und das ist sozusagen dieser Event, der irgendwie verarbeitet wird. Das heißt, eigentlich ist heutzutage Event Driven überall auch irgendwo vertreten. Denn ja, man braucht ja irgendwo irgendwelche Benutzereingaben und erst wenn man eine Benutzereingabe hat, dann soll ja auch wirklich irgendwas passieren. Außer man hat natürlich irgendwelche Daten bezogenen Architekturen, die dann natürlich komplett Daten verarbeiten, ohne irgendwelchen User Input, also zum Beispiel irgendwelche Machine Learning Algorithmen oder sowas. Da brauche ich natürlich keinen User Input mehr und da kann ich einfach komplett durchlaufen, wenn das Programm gestartet wird und dann, wenn ich halt fertig bin, bin ich halt fertig. Aber ja, in den normalen GUI-Anwendungen, also normalen Anführungsstrichen bitte, da haben wir meistens irgendwas Event Driven auch noch gleichzeitig drin. Okay, das soweit hierzu. Es geht natürlich noch weiter mit Patterns und noch mit sehr, sehr viel anderen Entwurfsdingen, Entwurfsrichtlinien sozusagen, weitere Patterns für den tatsächlichen Klassendiagrammentwurf und so weiter und so fort. Und nächstes Mal gucken wir uns aber an, erstmal wie man Frameworks entwickelt. Das heißt, wie kann ich mein Programm schön erweitern und erweiterbar machen. Okay, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.